BASTA BERLIN Diese neue Realität erfordert eine klare Antwort. Nicht schnelle, große Schlagzeilen, sondern hinter den Kulissen. Aus dem Wissen muss ein Können werden. Der alternativlose Podcast. Es ist Donnerstag, der 13. April 2023. Hier ist Folge 171 und mein Name ist Benjamin Gollme. Mein Name ist Marcel Joppa. Herzlich willkommen zu BASTA BERLIN, dem alternativlosen Podcast. Ostern ist vorbei, die meisten bunten Eier sind gefunden. Und wir hatten auch mal Zeit, so ein bisschen durchzuschnaufen und uns von Olaf, Robi und Ricarda zu erholen. Es ist ja auch Frühling in Deutschland. Und man muss sagen, endlich ist Frühling in Deutschland. Man kann es jetzt wirklich sagen. Und das meine ich auch durchaus politisch. Das ist ja das Schlimme, Herr Habeck. Die Deutschen haben Angst um ihren Besitz. Ja. Früher gab es auch diese Sendung in der Werbung. Da hieß es, mein Haus, mein Auto, mein Boot. Noch wenige Jahre, dann heißt das wahrscheinlich, meine WG, mein Lastenfahrrad, mein Bürgergeld. Gott, oh Gott, oh Gott. Das fandst du lustig. Ja. Und Realität entsprechen, das ist ja das Schlimme. Das und vieles Neues aus der Bundesrepublik Absurdistan gibt es heute bei uns. Ja. Und wir haben auch eine ganze Menge ja bunter, fauler Themeneier in unserem politischen Osterkorb gefunden. Die wollen wir euch natürlich heute präsentieren. Da geht es unter anderem ja um Querdenker und Klimakleber. Es geht um Kriegstreiber und Waffenfreunde. Es geht um Medienmanipulation und falsche Faktenchecker. Und wir haben auch eine ganze Menge Gäste heute mit dabei. Unter anderem Jensemann Spahn, Uschi von der Leyen, Marie-Agnes Strack-Stahlhelm und eine gewisse Carla Kolumna. Ich würde sagen, los geht's. Ja, da freust du dich schon drauf, ja. Andere haben Vorbilder wie Bob Woodward, Simo Hirsch, Marcel Joppa sagt, Carla Kolumna. Ja, richtig. Die Frau meiner Kindheit, deswegen wollte ich Journalist werden. Das hat sie noch mal immer gesagt. Da muss ich direkt einen Bericht draus schreiben. Sensationell. Sensationell. Und so wird es heute auch werden, denn wir planen einen echten Demokratie-Rausch mit euch. Das heißt, wir nehmen uns viele kleine Themen und rauschen durch die Gegend. Und am Ende wird es aber leider wieder mal bitter ernst. Aber abwarten. Los geht es erst mal mit einem alten Bekannten von uns. Und ich bin immer ganz neidisch auf diejenigen, die schon immer alles gewusst haben. Wir haben in den letzten Wochen alle gemeinsam viel dazu gelernt. Auch über dieses Virus und über manche Folgen von Entscheidungen. Jens Spahn im April 2020. Wir waren im ersten Lockdown. Und der Minister sagt, ja, wir werden einander viel verzeihen müssen. Aber Leute, jetzt keine Gehässigkeit. Ich meine, wer hat denn mehr gelitten als Jens Spahn? Fällt mir keiner ein. Das ist schwer zu finden. Ich meine, das ist eine große Entscheidung, die er treffen musste. Und auch so wenig zu wissen, wie sehr dieser Druck auf ihn gelastet hat, hat er sogar ein ganzes Buch drüber geschrieben. Der Titel, wir werden einander viel verzeihen müssen. Ja, bei drei nach neun, da hat er beschrieben, wie er eigentlich unter der Pandemie gelitten hat. Sambruch ist jetzt auch nicht mein Wort. Das ist das, was Sie da ja auch lesen. Es war einfach, weiß nicht, so ein Moment, kennen vielleicht manche auch, wo ich einfach merkte, gerade in diesem Moment geht es mal nicht mehr. Und ich will nicht mehr und ich kann nicht mehr. Ich habe keinen Bock mehr auf das alles. Und es ist einfach zu viel. Und sie sagte auf einmal einfach nur Danke. Und auf einmal brach so, merkte ich in mir was raus. Und wenn ich merkte, wenn ich jetzt nicht ins Auto ganz schnell verschwinde, fange ich hier noch im Bürgeramt irgendwie an zu heulen. Jens Spahn, der gefühlige Macho. Und immer neidisch auf die, die es besser wussten als er. Neidisch also auch auf die Basta Berlin-Gemeinde. Ja, weil ich meine, wir haben ja Jens Spahn gesagt, kauf diese Villa doch besser nicht, Junge. Mensch, lass es, das ist echt bescheuert. Lass das, Jense Mann. Deutschland im Lockdown, Existenzängste und du haust hier die Millionen raus. Doch, Jens Spahn hat sie trotzdem gekauft, seine Villa in Dahlem. Und außerdem hat er dann noch Journalisten und auch YouTuber abgemahnt, die darüber berichtet haben und auch die Summe genannt haben. Tja, Fehler über Fehler hat er sich da geleistet. Aber ein Spahn, der gesteht auch Fehler ein. Bild berichtet. Spahn wohnt bald wieder zur Miete. Jetzt sagt Spahn, dass ich so eine teure Anschaffung damals in der Pandemie getätigt habe, war rückblickend ein Fehler. Es war vor allem der falsche Zeitpunkt. War es eigentlich auch ein Fehler, dass sie den Journalisten verbieten wollten, über den Preis zu sprechen? Über den Preis, über den wir bei Basta Berlin damals auch gesprochen hatten. Wir waren ganz enttäuscht, dass er uns keine Abmahnung geschickt hat. Aber mittlerweile haben sie ja nicht mehr so viel dagegen, wenn man den Preis sagt. Also es waren wohl 4,1 Millionen Euro für die Villa. Und laut Bild-Zeitung kam noch mal einiges raus für den Umbau. 5,5 Millionen insgesamt. Aber Jens Spahn hat sich entschuldigt. Er entschuldigte sich übrigens bei den Impfärzten, denen er Anfang 2022 so viel Bürokratie aufgebürdet hat. Die Frage ist, wann entschuldigt Spahn sich eigentlich mal wirklich? Also bei den Opfern seiner Politik, bei den Kindern, die er ja in den Lockdown geschickt hat und die zum Beispiel auch nicht schwimmen gelernt haben. Bei den Eltern, die Angst um ihre Kinder hatten, gleichzeitig Angst um Oma und Opa und dann auch die Bude voll hatten, weil auf einmal im Homeoffice alle zusammengekommen sind. Ja, oder auch bei Oma und Opa, die Angst vor dem Sterben in Einsamkeit hatten, die gestorben sind, ohne die Enkel gesehen zu haben, weil man sie ja schützen musste. Im Sterben liegend geschützt vor Corona. Diese Entschuldigung, Herr Spahn, genau die fehlen uns. Das waren also Neuigkeiten zu Jens Spahn. Vielleicht hat sich mittlerweile auch bei seinem Bankberater entschuldigt, weil er leider 200.000 Euro miese gemacht hat. Aber auf deiner Seite hat er auch über 60.000 Honorar für sein Buch einkassiert. Also ich glaube, finanziell wird es dem Herrn Spahn hoffentlich trotzdem ganz gut gehen. So viele Neuigkeiten also erstmal von Herrn Spahn. Zieht der dann eigentlich wieder bei Christian Lindner ein? Weiß man nicht, ne? Darüber habe ich derzeit noch keine Erkenntnis. Das wäre ja wirklich charmant. Damals war nämlich Jens Spahn in der Regierung und hat bei Christian Lindner aus der Opposition gewohnt. Und jetzt wohnt Jens Spahn aus der Opposition bei Christian Lindner in der Regierung. Das haben die doch vorher im Mietvertrag alles festgehalten. Alametragekontrolle so wichtig. Absolut. Weiter geht es hier jetzt mit Michael Ballweg. Was macht denn der eigentlich so? Ja, eigentlich macht Michael Ballweg das Übliche. Er gibt Interviews, er wird fehlverstanden und gibt dann wieder Interviews. Richtig. Ja. Das Ballweg-Interview von Ralf Schuler, das ist ja auch viral gegangen, kann man sagen. Scheinbar ja das gefährlichste Interview der vergangenen Jahre. Da hat YouTube mal wieder richtig abgeliefert, ja. Sie haben es gesperrt. Dann haben sie es wieder freigelassen. Vimeo hat es ebenfalls gesperrt. Also was war denn da dran an diesem Interview? Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass wir da gemeinsam mal reinblicken. Haben Sie eigentlich heute schon geduscht, um den Knast irgendwie aus den Knochen zu kriegen? Nein, ich habe tatsächlich im Gefängnis noch geduscht. Man darf ja viermal die Woche duschen. Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag. Und da heute Dienstag ist, war das heute auch möglich. Michael Ballweg als Hygienepapst? Das ist jetzt aber nicht mehr mein Querdenken, Freunde. Nee, Hygiene ist in Europa doch immer noch Chefsache. Moment mal. Also von Händewaschen und Hygiene-Fetisch hat Herr Ballweg nichts gesagt. Ja. Er war einfach nur duschen. Aber viermal die Woche? Was würde denn da Robert Habeck sagen? Gute Frage, Marcel. Aber die Ausgangsthese ist ja gewesen. Ballweg hat ein Interview gegeben und er wurde mal wieder direkt nach seinem Aus-dem-Knast-Interview missverstanden. Mhm, richtig. Die Berliner Zeitung schreibt, Zitat, Querdenken-Gründer Ballweg will mit letzter Generation zusammenarbeiten. Er habe kurz vor seiner Freilassung noch einen Brief an die Klimaaktivisten verschickt. Einige Standpunkte von Querdenken und der letzten Generation würden sich überschneiden. Ballweg demnächst also auch Klimakleber. Es gab den einen oder anderen, den er uns nicht so begeistert hat. Allerdings fühlt sich der Chef mal wieder fehlverstanden. Also zum einen ist dieser Brief noch nicht angekommen bei der letzten Generation. Die Knastpost dauert nämlich ein bisschen länger. Es ist ein Brot eingebacken gewesen. Eben der Pfeile. Weißt du, Michael Ballweg ist der Einzige, der die Pfeile rausschickt. Richtig. Weil er sagt, nein, ich ertrage die Haft. Ja. Ich ertrage die Haft. Das ist jetzt hier mein Kloster Stammheim, nennt man das, glaube ich auch. Wir lachen drüber. Er hat es selbst so bezeichnet. Hat er es auch gemacht? Ja, sehe ich mich auch so. Aber ja, das, was der Querdenkengründer da sagen wollte, war doch wohl ein bisschen etwas anderes. Also der ganze Brief ist noch nicht veröffentlicht, aber wir wissen schon durchaus, in welche Richtung das ging. Wenn letzte Generation und Fridays for Future jetzt auch für den Frieden eintreten würden, dann könnte er sich eine Zusammenarbeit vorstellen. Und die sind natürlich auch herzlich eingeladen, an dem Thema Frieden mitzuarbeiten und an dem Thema, dass wir eben doch wieder eine Abrüstung in Europa oder weltweit sehen, um eben diese wertvollen Ressourcen nicht zu verschwenden und sie für etwas Sinnvolles zu nutzen. Weil in einem Krieg gehen sie am Ende in nichts, in Schutt und Asche rauf. Sagt Michael Ballweg im SWR-Interview. Man kann seine Aussage auch genau anders verstehen. Die Klimaaktivisten ignorieren den Krieg. Die CO2-Vermeidung gilt nur, wenn das eben politisch passt. Und weil Friedensverhandlungen den Aktivisten nicht politisch passen, ignorieren sie die Umweltzerstörung durch den Krieg. Das wäre ja das Gleiche wie damals mit den Masken bei Corona. Ja, ja, das Klima und der Krieg, die Aufrüstung und die Umwelt, es ist natürlich ein Megathema. Aber bevor wir jetzt anfangen, über den Krieg zu reden, würde ich vorschlagen, und wir stellen nochmal allgemeine Einigkeit her. Und das können wir bloß mit dem Kanzler der neuen Einheit, mit Olaf Scholz. Ja. Liebe Ukrainern und Ukrainer, ihr Land wird den dunklen Schatten des Kriegs vertreiben. Weil es stark ist und mutig. Und weil es Freunde hat in Europa und überall auf der Welt. Wir sind stolz, uns zu diesen Freunden zählen zu dürfen. Heute und in unserer gemeinsamen europäischen Zukunft. Slava Ukraini. Ruhm der Ukraine, sagt unser Bundeskanzler. Aber wie weit geht denn da die Unterstützung? So weit, dass man selber Uniform anzieht? Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier bei den Freien Demokraten live. Wir schalten heute live nach Hammelburg. Und zwar zu Oberleutnant Dr. Strack-Zimmermann. Oberst Leutnant auf Zeit, Dr. Strack-Zimmermann. Sie büffelt Theorie und Praxis. Aber mal ehrlich, ist die Frau wirklich bereit für den Einsatz? Das wurde sie ja schon mal gefragt, seinerzeit in der Heute-Show. Ich bin gut für den Volkssturm. Also wenn nichts mehr reicht, dann kommen Frauen 60 plus. Und dann Leute, vor allen Dingen Russen. Passt auf, was Sache ist. Drei Jahre vor Kriegsausbruch warnt die Politikerin alle Russen. Alles Satire natürlich. Klar. Schützenhilfe bekommt Dr. Strack-Zimmermann. Natürlich von Bündnis 90 die Olivgrünen. Im schicken Flecktarn präsentiert sich ein Landwirtschaftsminister? Die verteidigt sich nicht von selber. Dafür braucht es die Bundeswehr. Dafür braucht es aber auch uns alle als Zivilistinnen und Zivilisten, die wir wissen, was wir an der Bundeswehr haben. Die Demokratie verteidigt sich nicht von selber. Aber Herr Özdemir, wie wird sie denn verteidigt? Und wo? Am Hindukusch? Tja, Herr Özdemir, das klang ja fast ein bisschen nach Peter Struck. Und ich kann schon vorschlagen, wenn Sie die Truppe so gut kennen, können Sie sich ja mal unterhalten, wie das damals am Hindukusch eigentlich gewesen ist mit der Demokratie-Verteidigung in Afghanistan. Also was ist denn draus geworden? Wie hat es denn geendet? Ach ja, richtig. Mit der Taliban-Herrschaft. Ja. Mit Hass auf den Westen, mit zehntausenden getöteten Zivilisten, mit Hunger und Leid in Afghanistan, 3.500 tote Soldaten unserer Kriegsallianz und darunter auch 59 Deutsche, Herr Özdemir. Was bedeutet das eigentlich für die Menschen in der Ukraine? Und diese Frage sollte sich die Bundestagsabgeordnete von den Grünen mit dem Namen Jamila Schäfer auch mal stellen. Anfang März, da beendete sie ihre Rede im Bundestag mit diesen Worten. Alerta Antifaschista, Slava Ukraini. Na klar, das ist ja nachvollziehbar. Aber mal ganz ehrlich, ist dieser 29-jährigen Politikerin eigentlich bewusst, was sie da ruft und was sie da fordert? Ist den Ukraine-Influencern eigentlich wirklich klar, worum es hier geht? Es geht darum, Menschen in den Tod zu schicken und auch Menschen in den Tod zu zwingen. Ja. Seit Monaten, da kennen wir Videos, die aus der Ukraine stammen sollen. Und wir sehen sie auf prorussischen Social-Media-Accounts. Darum sind wir aber vorsichtig und verbreiten dieselbe auch nicht. Wir können es auch einfach selbst nicht verifizieren. Wir können den Ort und den Zeitpunkt auch allein des Videos überhaupt nicht erkennen. Ja, allerdings sehen wir seit Monaten mutmaßlich ukrainische Militäreinheiten und zivile Sicherheitskräfte, die Männer festnehmen. Und bei diesen Männern soll es sich um Männer handeln, die bislang noch nicht im Kriegsdienst sind, diesen aber doch bitte sehr schnell wahrnehmen sollen. Es sollen also Zwangsrekrutierungen sein. Der ORF berichtet an Ostersonntag, Kriegsdienstverweigerer zu drei Jahren Haft verurteilt. Der 40-Jährige sei Einberufungsbescheiden wiederholt nicht nachgekommen. Die Verfassung der Ukraine gestattet Wehrdienstverweigerung nur aus religiösen Gründen. Der Verurteilte gehört nach Angaben der Staatsanwaltschaft aber keiner Religionsgemeinschaft an, die Gewalt strikt ablehnt. Um es mal klar zu sagen, dieser Krieg bedeutet, dass ukrainische Männer in den Tod gezwungen werden. Es ist nicht unbedingt freiwillig, was da passiert. Und deswegen würde ich Herrn Özdemir und alle Ukrainer Influencer mal bitten, dass ihr aufhört, permanent von dem unglaublichen Mut der ukrainischen Männer zu sprechen, von den ukrainischen Menschen grundsätzlich, von dieser legendären und Opferbereitschaft als höchstem Gut zu sprechen. Denn ihr wisst überhaupt nicht, ob diese Opferbereitschaft tatsächlich freiwillig ist oder erzwungen wurde. Und hört auf, euch in Uniform zu stecken, insbesondere Sie, Herr Özdemir. Also zu wissen, wie die Bundeswehr funktioniert und sich da reinzufuchsen, das ist ja eine tolle Sache. Das haben auch schon andere Politiker gemacht. Aber von einer Horde von Kameras begleitet zu werden und sich dabei medial toll in Szene zu setzen, das ist einfach nicht angebracht. Sie militarisieren unser Land durch diese Aktion. Wollt ihr eigentlich noch lange warten mit den Verhandlungen? Nur mal so eine Frage. Wie lange noch? Also glaubt ihr wirklich an den Sieg der Ukraine? Wie viel Material muss denn dafür eigentlich eingesetzt werden? Wie viele von Verseuchungen durch Uranmunition könnte noch entstehen? Wie viel CO2 wird da wohl noch ausgestoßen werden? Wie viele Menschen werden auf der Flucht sein? Wie viele Menschen werden Haus und Hof verlieren? Wie viele Städte und Dörfer werden ausradiert werden und müssen danach wieder aufgebaut werden? Und vor allem, wie viele Menschen werden noch sterben müssen? Die ukrainische Offensive soll ja jetzt demnächst starten. Selbst aus Washington gibt es Zeichen, dass diese Offensive die Verhandlungsposition stärken soll. Soll so lange noch abgewartet werden? Das habe ich auch bei Kontrafunk gefragt und zwar Professor Peter Brandt, der Historiker. Er hat Ende März einen Friedensappell veröffentlicht und ich schlage vor, wir hören seine Antwort. Naja, das hat ja immer Konsequenzen, was die Opfer betrifft. Wenn wir mal theoretisch annehmen, die Ukraine könnte diesen Krieg gewinnen. Es wäre denkbar, dass sie gewinnt, was schon mal mit einem großen Fragezeichen zu versehen ist. Wäre das nur mit enorm gesteigerten Menschen- und Materialverlusten, Zerstörungen vorstellbar? Dieser Friedensappell von Peter Brandt, der wurde mitgetragen von Norbert Walter-Borjans. Lass das nicht Saskia Esken hören. Richtig, ob die sich jetzt noch grün sind. Wolfgang Thierse und auch eine ganze Reihe ehemaliger Gewerkschaftsführer von Margot Käßmann, auch von Umweltwissenschaftlern und auch von Künstlern. Würde mich glatt mal interessieren, ob ihr von diesem Friedensappell schon mal gehört habt, denn es ist wirklich ein großes Unterstützerumfeld der Gewerkschaften gewesen. Und das sind die Leute, die früher eben auch die Entspannungspolitik à la Willy Brandt mitgetragen haben und auch erfahren haben. Die wussten, wie man das damals gemacht hat und sich überlegen, wie man das heute macht. Aber wie waren denn die Reaktionen eigentlich in Deutschland? Also nach meinem Dafürhalten relativ mau, aber es gab natürlich auch Reaktionen aus der Ukraine. Zum Beispiel diese hier vom stellvertretenden Außenminister der Ukraine. Hallo Peter Brandt und Co. Schert euch zum Teufel mit eurer senilen Idee, einen schnellen Waffenstillstand zu erreichen und den Frieden nur mit Russland zu schaffen. Die Ukrainer lehnen diesen Firlefanz ab. Schreibt der ehemalige Botschafter hier, André Melnyk. Und der amtierende Botschafter Markeyev, der spricht von purem Zynismus. Und so wird weiter geschossen und getötet. Die Ukraine hat als Ziel die Eroberung des gesamten Staatsgebietes. Russland ließ vergangene Woche dann seine Bedingungen für Verhandlungen mal wieder veröffentlichen. Und da hieß es dann, kein NATO-Beitritt, kein EU-Beitritt, Demilitarisierung der Ukraine, Entnazifizierung der Ukraine und Gebietsabtretung der Ukraine an Russland. Okay, also ich will bloß eins sagen, das sind natürlich auf beiden Seiten jetzt nicht direkt Verhandlungspositionen, wo ich sagen würde, ja, der Frieden ist in greifbarer Nähe. Es handelt sich hier natürlich um absolute Maximalpositionen und die wären vor einem Jahr sicherlich nicht ganz so geklungen. Jetzt klingen sie aber genau so. Und das zeigt ja auch, dass mit Fortdauer des Krieges die Situation nicht unbedingt unkomplizierter wird. Nein, ich habe auch das Gefühl, die Forderungen auf beiden Seiten werden extremer. Aber ja, war auch überhaupt nicht mit zu rechnen. Ja, das ist wirklich eine ganz schwierige Situation. Das heißt, wir haben vielleicht jetzt einen Punkt überschritten, wo die Verhandlungen auch aufgenommen werden könnten. Wenn man das nicht versucht, dann weiß man das allerdings nicht. Und jetzt kommt die ukrainische Offensive und die Ukraine legt große Hoffnung rein und auch die westliche Allianz legt Hoffnung rein. Aber kurz vor Beginn dieser Offensive hören wir negative Nachrichten über das Militär in der Ukraine. Und dass ihr Zustand gar nicht so ist, wie man es erhofft hat und dass die Schlagkraft in Zweifel gezogen wird. Und was passiert, wenn diese Offensive jetzt scheitert? Wenn das jetzt wirklich quasi der letzte Aufgelopp des ukrainischen Militärs ist und der letzte Aufgelopp von westlichen Waffenlieferungen. Wenn das scheitert, wird Russland dann klein beigeben und sagen, okay, jetzt verhandeln wir aber. Jetzt, wo wir sehen, dass das ukrainische Militär eine Schwächephase hat. Ich glaube mal nicht. Meine Befürchtung ist, dass in beiden Fällen Russland nicht aufhören wird, diesen Krieg fortzuführen. Dann wird es noch schwieriger zu verhandeln. Und mal davon abgesehen, höre ich ja schon seit Wochen und Monaten, soll jetzt China vermitteln, soll China nicht vermitteln? Ach so, wenn China vermittelt, aber eher so im Sinne des Westens, dann ist das vielleicht eine ganz gute Idee. Aber wenn China vielleicht eher im Sinne von Russland vermittelt, dann ist das ja gar kein Vermitteln mehr. Dann können wir die ja jetzt auch nicht irgendwie dahin. Und welche Interessen hat denn eigentlich China? Also schwierig, aber passieren. Also wenn wir immer darüber reden, wer nicht vermitteln darf, dann können wir irgendwann mal die Mars-Regierung bitten, dass sie bei uns vermittelt. Das wäre schön. Denn involviert sind ja etliche Länder. Das ist doch das Komplizierte. Also ganz, ganz schwierige Angelegenheit aus meiner Sicht und wir müssen gucken, ob wir da und wie wir da rauskommen. Aber wir sind schon viel zu tief drin. Jetzt haben wir uns aber eigentlich genug geärgert. Gibt es denn nicht auch irgendwas Erfreuliches zu berichten, Benjamin? Du meinst, du willst mal lachen? Ja, du, irgendwas Absurdes wäre ganz schön. Ja, ich habe da was vorbereitet. Schau mal hier, Robert Habeck im Januar 2021. Wenn die Grünen Nord Stream 2 eigentlich verhindern wollen, müsstet ihr nicht dann auch konsequent gegen Flüssiggasterminals sein und die verhindern? Das ist richtig. Flüssiggas ist auch fossile Energie und ist damit kein Beitrag zur zukünftigen Energieinfrastruktur in Europa. Sagte Habeck bei Jung und Naiv. Ja, aber Leute, die Grünen, die liefern ja ab. Also die Atomkraftwerke, die werden ja jetzt abgeschaltet. Es ist ja soweit. Nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister unterstützt Wirtschaftsminister Habeck diese Entscheidung. Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar. Das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Die sind ja gebaut. Atomkraft in der Ukraine? Naja, ich meine, solange die Dinger sicher laufen. Wo noch gleich steht dieses Tschernobyl? Die Dinger sind ja gebaut. Und Europas größtes Kernkraftwerk Zabryscha? Solange die Dinger sicher laufen. Aber der Zabryscha ist doch derzeit von Russen besetzt. Und die ukrainische Armee hat schon mehrere Versuche unternommen, um es wieder einzunehmen. Es ist ja gebaut. Aber ich habe bei Times was gelesen. Da habe ich gelesen, dass es im Oktober bereits eine Offensive der Ukraine auf ein Atomkraftwerk gegeben hat. Und da wurden 30 Boote eingesetzt, automatische Granatwerfer. Der Mehrfachraketenwerfer HIMARS war im Einsatz. Also westliche Waffenlieferungen schießen auf Stellung bei Atomkraft? Solange es sicher läuft. Da hast du recht, Robert. So nämlich, ja. Wir kriegen die Russen nämlich schon klein, ja. Wenn wir jetzt alle schön mithelfen. Die ganze Weltgemeinschaft zeigt der Autokratie jetzt mal schön die kalte Schulter. Denken unsere Politiker. Russisches Öl ist in Indien herzlich willkommen. Denken die Inder. Die Nachrichtenagentur Reuters schreibt vor einer Woche, russisches Öl kommt durch die Hintertür nach Europa. Über Indien. Rekordimporte von Rohöl aus Russland sorgen für ein Exportbooster bei indischen Raffinerien. Ach, Booster, schön. Im Artikel entdecken wir dann auch diese Grafiken. Vor dem Krieg hat Indien praktisch kein Öl aus Russland bezogen. Nun sind es mehr als 20 Prozent. Gleichzeitig stiegen die Exporte von Diesel und Benzin in die Europäische Union. Reuters schreibt, die wichtigsten Käufer sind Frankreich, die Türkei, Belgien und die Niederlande. Hm, aber wir bleiben mal in Indien. Schon mal was vom Wande-Barat-Express gehört. Ja, nee, nee, nicht. Das ist der schnellste Zug Indiens. Krasses Teil. Krasses Teil ist 180 kmh und sieht aus wie eine deutsche Regionalbahn. Aber wir kommen gleich nochmal rein. Das ist ein krasses Teil. Wir hätten gleich mal sehen, das ist ein krasses Teil. Ja, ja. Premierminister Modi, der ist nämlich auch so richtig mächtig stolz auf diesen Wande-Barat-Express. Und nicht nur auf, äh, und nicht nur der, ne? Also auf dem indischen YouTube-Kanal Transit Bytes. Da erfahren wir. Krasses Teil. Hey, heißeste Teil nach diesem Scheng-Zeng-Express, wie der heiße. Scheng-Schuh. Wow. Und mal für unsere Radiohörer. Also die Sitze, die können zum Fenster gedreht werden. Wir haben alle ihre Privatsphäre und schauen aus den Fenster. Cool. Das ist cool. Ja. Und wer baut das eigentlich? Ja, die Russen. Neu. Die bauen das ja. Die Times of India, die berichtet Ende März, Auftrag für 120 Wande-Barat-Züge an die russische Bahn vergeben. 120 Züge sollen von den Russen in Indien gebaut werden. Jeder Zug zum Preis von 120 Milliarden Rupien. 120 Milliarden Rupien für unsere russischen Zuschauer, das sind 7000 Milliarden Rubel. Ey, der Rubel ist im Moment wieder im freien Fall. Sieht gerade nicht so gut aus. Aber nein, ich habe mir jetzt das gespart, 120 Milliarden Rupien umzurechnen. So viele Nullen hat mein Taschenrechner nicht. Aber ich glaube, es war irgendwas zwischen 1 und 2 Milliarden Euro oder so. Ja, ich glaube ein bisschen. Könnt ihr gerne machen und in die Kommentare schreiben. Es ist nicht wenig. Es ist nicht wenig. Nö, es ist nicht wenig. Ich glaube, der größte Auslandsauftrag der russischen Bahn aller Zeiten. Und das in Zeiten des Krieges. Gibt es ja nicht. Na, gibt es doch nicht. Die Welt dreht sich also weiter. Und was macht Old Europe? Na, Old Europe macht das, was es am besten kann. Vorschriften und Verbote erlassen. So erfahren wir bei heute.at. Geht es nach der EU-Kommission, müssen alle Senioren in Europa ab dem 70. Lebensjahr ihre Fahrtauglichkeit regelmäßig nachweisen. Diese Prüfung müsste alle 5 Jahre wiederholt werden. Wie diese Fahrtauglichkeitstests im Detail aussehen, wurde von der EU noch nicht definiert. Idiotentests für Oma und Opa. Entschuldigung, Freunde, was ist denn da los? Ja, also das ist eine Idee der Europäischen Kommission. Aber haben wir da überhaupt ein Problem? Eigentlich nicht. Laut Deutscher Verkehrswacht sind Menschen ab 65 seltener Verursacher von Unfällen als nach ihrem Bevölkerungsanteil zu erwarten. Deutet also darauf hin, dass sie eigentlich besser Autofahren als jüngere. Okay. Aber Vorsicht, ältere Menschen legen auch kürzere Wege zurück. Manche nützen ihren Führerschein auch gar nicht. Die Datenlage, die ist da uneinheitlich. Also diese schrecklichen Meldungen über Disco-Unfälle beispielsweise, die betreffen natürlich in aller Regel jüngere Menschen. Vor allem junge Menschen auch unter Alkohol gelten als Risiko und würden viele Unfälle verursachen. Andererseits haben ältere Menschen ja auch tatsächlich nachlassende Reflexe, auch Probleme mit der Sehstärke. Allgemein eingeschränktere Fähigkeiten als junge Menschen das jetzt zum Beispiel haben. Dafür haben sie mehr Erfahrung im Straßenverkehr. Muss die EU sich einmischen? Haben wir ein Problem? Oder machen wir uns hier einfach schlicht und ergreifend unser Problem selbst? Schreibt uns gerne auch in die Kommentare. Also müssen Menschen über 70 ihren Lappen abgeben oder nachweisen, dass sie noch fahren könnten? Das würde uns sehr interessieren. Haut mal in die Tasten. Aber zugegeben, ich glaube, es gibt noch heißere Themen in der Europäischen Kommission und die werden wir uns anschauen. Eine ganz andere Angelegenheit kommt nämlich auch von der EU und die Europäische Kommission. Fragt euch genau jetzt gerade nach eurer Meinung. Digitalisierung von Reisedokumenten. Ihre Meinung ist gefragt. Digitale Reisepässe und Personalausweise erleichtern nicht nur Grenzkontrollen und unterstützen den internationalen Reiseverkehr. Heise.de schreibt übrigens dazu, die EU-Kommission will Reisepässe abschaffen, dafür biometrische Grenzkontrollen. Beim Bundesdatenschutzbeauftragten habe ich dann was erfahren zur Biometrie. Da las ich, ihr Vorteil liegt darin, dass sie unmittelbar an die Körperlichkeit einer natürlichen Person gebunden ist. Bedeutet, nur ihr habt euer Gesicht. Kein anderer Mensch hat in der Regel genau das Gleiche. Und noch einheitlicher oder noch seltener ist natürlich eine Iris. Also so ein Iris-Scan und darum geht es ja. Also ein Iris-Scan zeigt, wer ihr seid. Euer Gesicht gehört euch, denkt jedenfalls. Eure Iris gehört euch. Könnte sich aber ändern, wenn man beispielsweise Iris-Datenbanken aufbaut oder Gesichts-Datenbanken. Eure biometrischen Daten werden dann erhoben und gespeichert. Wie die Kontrolle an Flughäfen dann zum Beispiel aussehen könnte, das zeigt ein Video von German Protect. Dort wird eine Technologie des französischen Herstellers Idemia präsentiert. Und dabei geht es um eure Handflächen. Access Granted. Nochmal. Und jetzt von unten? Warte. Access Granted. Von unten, damit man sieht, wie schnell. Access Granted. Der Hersteller Idemia hat übrigens gleich mehrere Produkte in der Pipeline. Und da lesen wir zum Beispiel mit der Werbung. Zu Hause oder an jedem anderen Ort checken Passagiere mit ihrem Smartphone auf der Website der Fluggesellschaft ein. Am Flughafen passieren sie die automatischen Kontrollschleusen mit Gesichtsabgleich. Aber damit das funktioniert, bräuchte es ja, weiß nicht, Fortschritt zum Beispiel. Es braucht eine digitale Identität und es braucht natürlich die Europäische Kommission. Und aus diesem Grund wird die Kommission demnächst eine sichere europäische digitale Identität vorschlagen. Eine, der wir vertrauen und die Bürgerinnen und Bürger überall in Europa nutzen können, um alles zu tun. Vom Steuerzahlen bis zum Fahrradmieten. Tja, das war's damit. Ein ganz schön wilder Ritt. Aber wisst ihr, bevor wir jetzt wirklich aufhören, wollen wir euch zum Abschluss dieses Kapitels nochmal erzählen, was wahrscheinlich passieren wird. Und das sind keine Verschwörungstheorien, das sind Pläne von unseren Politikern und von Unternehmen. Jeder von uns wird eine digitale Identität bekommen. Diese wird gespeichert und abrufbar sein. Die digitale Brieftasche wird ebenfalls vorbereitet und sie nennt sich Wallet. Ja und auf dieser digitalen Wallet, da werden biometrische Daten gespeichert. Dort können außerdem Gesundheitsinformationen gespeichert werden, zum Beispiel der Impfstatus oder ein PCR-Test. Das ist aber praktisch. Diese Wallet wird dann übrigens verbunden mit der Einführung von digitalem Geld. Der digitale Euro könnte sogar noch in diesem Jahr vorgestellt werden. Euer Geld liegt dann jetzt nicht mehr auf einer Privatbank oder auf der Sparkasse. Der digitale Euro liegt bei der Europäischen Zentralbank. Und wenn ihr mit diesem digitalen Euro bezahlt, dann wird das abgespeichert. Und man kann dort auch speichern, was ihr gekauft habt. Beispielsweise wie oft ihr Wodka gekauft habt oder Zigaretten. Oder wie groß der CO2-Abdruck eures Einkaufs gewesen ist. Diese Daten, die sind dann auch noch Jahrzehnte später verfügbar. Und was ist denn, wenn ihr beispielsweise Geld an Regierungskritiker geschickt habt, wie zum Beispiel Basta Berlin? Auch das kann natürlich ausgelesen und gefiltert werden. Ja. Was ist denn, wenn die Regierungskritiker von Basta Berlin jetzt noch als relativ harmonisch mit dem Rechtsstaat gelten, aber in fünf Jahren, wenn der Rechtsstaat sich verändert hat, wir das nicht mehr tun. Und die haben damals Geld gegeben, geltet ihr dann kontaktschuldmäßig auch als Radikale? Ja und mal davon abgesehen, können über das Bezahlen natürlich auch Bewegungsprofile erstellt werden. Wenn die Gesichtserkennung dann zum Einsatz kommt, dann können ja sogar eure Emotionen gelesen werden. Und wir haben vor einigen Sendungen mal darüber gesprochen, wie die das eigentlich machen wollen. Zum Beispiel so ein CO2-Budget. Und da sind wir zum Schluss gekommen, das wird ja total kompliziert. Was passiert denn beispielsweise, wenn ihr in ein Restaurant geht und da esst ihr ein Steak statt einer Möhre? Dann habt ihr einen höheren CO2-Abdruck. Das kriegen die ja gar nicht hin. Und jetzt wird langsam klar, na klar, genau so kann man das hinkriegen, wenn beispielsweise der Restaurantbetreiber verpflichtet wird, dass er nur noch digital einen Euro annehmen darf. Und dann noch verpflichtet wird, dass er das Steak einbuchen muss mit dem CO2-Abdruck und die Möhre ebenfalls. Dann können wir es auf einmal doch hinkriegen. All diese Sachen, die wir noch vor wenigen Monaten in das Reich der Fantasien abgedriftet haben, das wird auf einmal relativ erreichbar. Und wisst ihr, gehen wir noch einen Schritt weiter. Was ist denn eigentlich, wenn ihr euch auf der Flucht befindet? Wenn ihr ein Verbrechen begangen habt, kann natürlich euer digitales Geld eingefroren werden. Aber was denn, wenn euer Verbrechen tatsächlich bloß politischer Widerstand ist? Was ist denn, wenn es das Modell Kanada wird? Wenn ihr auf der Flucht seid, wird man euch finden. Punkt. Tja, liebe Basta-Benning-Gemeinde. Und das sind keine Verschwörungstheorien. Das sind die Entwicklungen der nächsten fünf bis zehn Jahre. Und die Technik dafür wird jetzt geschaffen. Genau in dieser Sekunde. Ob diese Möglichkeiten eingesetzt werden, missbraucht werden oder damit echte Kriminalität auch bekämpft wird und das Leben vielleicht sogar komfortabler wird, wissen wir nicht. Abwarten. Vertraut doch einfach Ursula von der Leyen. Das Interessante ist, Sorgen darüber macht sich irgendwie keiner. Man liest darüber so gut wie nichts. Wird schon gut gehen. Sorgen machen sich irgendwie nur die, die erfahren haben, wie ihre Grundrechte mit einer Verordnung einfach vom Tisch gewischt werden. Sorgen machen sich die, die damals nicht mitmachen wollten. Schöne Grüße in die neue Welt. Schicken euch Wumms 1 und Wumms 2. Schön war's. Tschüss. Nein, nein. Ich glaube, wir kommen jetzt mal zum etwas lockeren Teil. Wir machen uns jetzt alle mal ein bisschen locker. Ja, ja. Auch kopfmäßig. Es wird schon gut gehen. Ja, wollen wir doch mal hoffen, dass alles gut geht. Aber ich glaube, ihr teilt diese Sorgen auch und es ist wichtig, dass wir sie aussprechen. Ja. Und es ist tatsächlich keine Zukunftsmusik. Der digitale Euro soll jetzt kommen. Es gibt ja dieses Interview vom Fake Zelensky mit Christine Lagarde. Das ist jetzt nicht verifiziert, dass das echt ist. Aber ich habe mal Professor Schüffel aus der Schweiz gesprochen. Schöne Grüße. Er ist Finanzprofessor und geht davon aus, dass das Video echt ist. Und da hat Frau Lagarde gesagt, ja, im Oktober werden wir das dann vorstellen. Wer sagte, meint die wirklich Oktober 23? Da haben wir noch die ganzen Parlamente. Da muss ja viel gemacht werden. Aber ja, die EZB baut diesen digitalen Euro und der ist quasi in greifbarer Nähe. Und das Problem ist, was ich persönlich als Otto-Normal-Medien-Konsument auch oder wenn ich auf Eltern und Schwiegereltern schaue, es wird sehr wenig meines Erachtens berichtet, was da so in der EU-Kommission immer mal wieder beschlossen wird. Dann kommt mal hier irgendwie so eine Seitenmeldung und hier dies. Und wenn, gebe ich dir völlig recht, dann wohlwollend. So, ah ja, so technisch geht es nach vorne. Super, das wird alles ganz klasse. Wir müssen uns quasi nachher gar nicht mehr von der Couch bewegen, um alles hinten reingeschlopft zu bekommen. Es ist doch wirklich toll, ja. Ihr lauft einfach auf den Flughafen und dann macht er kurz zu und dann seid ihr drin in der Sicherheitskontrolle. Jeder weiß, dass auch wirklich derjenige da ist, der auch fliegen will. Ich meine, aktuell ist es ja so, wir sind ja vor ein paar Wochen in die Schweiz geflogen. Da musste ich meinem Ausweis niemandem zeigen. Niemand hat darauf geschaut. Ich bin bloß mit einer Bordkarte durchgelaufen. Und diese Bordkarte war von mir tatsächlich. Aber ich hätte auch mit der von Marcel versuchen können durchzulaufen. Das machen wir beim nächsten Flug mal. Du nimmst meine, ich nimm deine. Mal gucken, was dabei rauskommt. Das könnte ja ein Sicherheitsrisiko sein. Das Sicherheitsrisiko ist weg. Wenn wir einfach bloß mit der Handfläche darüber gehen, dann ist das Sicherheitsrisiko weg. So werden sie uns das verkaufen. Das tun sie ja auch. Und ja, das erschließt sich ja auch. Es ist doch alles ganz einfach. Wir haben beispielsweise, wenn wir das Bargeld nicht mehr haben, na meine Güte, da haben wir ja die Überfälle auf die Bankautomaten nicht mehr. Da haben wir die Überfälle auf die Jungs mit den Waffen da. Wehrtransporter. Da haben wir die Überfälle nicht mehr. Dann gibt es sicherlich Schwierigkeiten auch in der organisierten Kriminalität, wenn sie mit weniger Bargeld arbeiten können. Das kann man alles argumentieren. Du brauchst in Zukunft für einen Überfall keine Waffe mehr. Brauchst du schon länger nicht mehr. Du brauchst einfach nur ein Laptop. Ja. Und dann ist es meist effektiver. Und so wird es uns verkauft. Und die Dinge werden moderner. Und da muss sich ja auch was ändern. Es kann sich ja auch was ändern. Aber die Gefahren werden nicht ausreichend diskutiert. Die Gefahren sind doch offensichtlich. Ich meine, stellt euch mal vor, wir hätten eines Tages mal wieder eine autoritär agierende Regierung. Kann man sich ja nicht vorstellen. Aber stellt euch mal vor, es wäre so. Und sie würden das durchziehen, dass es CO2-Budgets gibt. Ja, wo sind wir denn dann eigentlich? Ja, es ist wirklich unangenehm. Es ist wirklich unangenehm. Und dann müssen wir uns überlegen, vertrauen wir unseren Politikern so sehr? Vertrauen wir den Politikern der letzten 70 bis 100 Jahre? Was ist denn passiert in der Geschichte? Wie wurden denn Dinge missbraucht? Wollen wir denn den Politikern und den Regierenden, den Chefs in den Verwaltungen die Möglichkeit geben, so eine Kontrolle über uns auszuüben? Wollen wir denen das mächtigste Instrument aller Zeiten in die Hand geben? Denn genau das wird es sein. Die Digitalisierung ist das mächtigste Machtinstrument aller Zeiten. Wenn das geknöpft ist an unseren Gesundheitszustand, wenn das geknöpft ist an unseren Geldbeutel, man uns jederzeit wegnehmen kann und geben kann, das ist das mächtigste Instrument aller Zeiten. Wenn wir das kombinieren mit Gesichtskontrolle und selbst am U-Bahnhof mein Gesicht eingescannt werden kann, was bedeutet denn das tatsächlich für Regierungskritiker? Guck nach China. So, das ist doch die Dramatik und das müssen wir besprechen und das muss jeden Tag durch die Zeitung gehen. Das muss besprochen werden bei dem verdammten Markus Lanz, der bei mir jede Gesichtskontrolle bestehen würde, weil ich ihn einfach nur hübsch finde. Aber hübsch ist nicht alles, Herr Lanz. Inhalte sind alles. Wir müssen darüber sprechen, was hier eigentlich gerade passiert. Und wir müssen auch sagen, nein, dieses Instrument bekommt ihr nicht. Vergesst die Vorteile. Wir wollen es nichts. Wer hat denn ein Problem damit, mit der Papierbordkarte durch die Gegend zu reisen? Gibt es doch gar kein Problem. Es gibt keine Notwendigkeit, damit das internationale Reisende ein bisschen bequemer wird. Nein, brauchen wir nicht. Wir sollen doch eh gar nicht mehr fliegen, Benjamin. Wir brauchen es nicht. Wer digital bezahlen soll mit Kreditkarte, meine gute Idee, macht das dann doch. Aber es ist doch kein Problem, Bargeld zu haben. Am Flughafen kann man, glaube ich, sowieso nur noch mit Kreditkarte zahlen. Also in vielen Ländern sowieso. Aber ich glaube, mittlerweile hätte das auch in Deutschland ziemlich Einzug gehalten. Und das hat mich sehr überrascht, weil das ja schleichend in vielen Läden und immer mehr Bereichen Einzug nimmt, dass du gar nicht mehr Bargeld nehmen kannst, benutzen kannst. Ja, es ging ja damit auch einher, dass Bargeld angeblich Virenträger wäre. Und dann ist ihnen aufgefallen, dass das gar nicht der Fall ist. Eine Verschwörungstheorie gegen das Bargeld. Großartig. Bis heute. Bis heute gibt es doch an den Kassen, bitte zahlen Sie lieber mit Karte, weil Bargeld ist ja vielleicht ein bisschen gefährlich. Nein, das war eine Verschwörungstheorie gegen das Bargeld. Und das könnt ihr mal Fakten checken, ihr Genies bei Korrektiv und Co. Zu Faktencheckern haben wir nachher auch noch was Interessantes. Sollen wir mal zu den Kommentaren kommen? Ja. Ja. Und ich würde auch mal starten. Wir haben ja letzte Sendung, wo wir auch von Klimaabdruck gesprochen haben, CO2-Abdruck und so weiter. Und von der EU darüber gesprochen, dass ja diese EU-Verordnung über die Gebäudesanierung ja für ganz Europa, also für die EU-Mitgliedstaaten gelten soll. Und da hat uns Bidera Vingenko geschrieben, ganz liebe Grüße, kommentiert unter unser letztes Video. Bidera Vingenko, ja den kenne ich. Der fährt diesen indischen Zug, glaube ich. Vielleicht habe ich es auch falsch ausgesprochen. Also, ich bin aus Sizilien, schreibt er, hatte das Thema letztens auch mit meinem Onkel. Fazit, Sizilien muss abgerissen werden. Glaubt mir eins, in Süditalien, also ich sage mal grob gesehen von Rom abwärts, können die alles abreißen. Ja, so, in dem Viertel, wo meine Oma ihr Haus hat, darf man sowieso nicht viel machen. Fassade und so weiter. Und das ist ja auch das, was wir gesagt haben. Also, wenn du da wirklich dir mal andere Länder anguckst, Bulgarien, Rumänien, müssen wir gar nicht erst gucken. Wenn diese Sachen überall zu tragen kommen, also... Das wird gedämmt. Ja. Basta. Du hast ja ein bisschen gefusselt. Fusselt. Ja. Letzte Woche habe ich mich angezogen im Mittelteil, jetzt ziehe ich mich aus im Mittelteil. Das stimmt. Ja. Das wird gedämmt. Hast du das verstanden? Basta ist ein italienisches Wort, jetzt weißt du Bescheid. Ah. Gedämmt auch auf Sizilien. Punkt. Mirko hat uns mal wieder geschrieben, habt ihr jetzt endlich mal eine Adresse für Kryptos? Es ist das letzte Mal, dass ich was zu Kryptowährungen sage. Ich habe extra unseren Steuerberater angeschrieben, habe gesagt, wie machen wir das? Können wir Kryptowährungen einnehmen? Und er hat gesagt, ja, könnt ihr. Und dann so einen langen Text geschrieben, welchen Verwaltungsaufwand das für uns hätte. Wenn einer von euch tatsächlich weiß, wie man steuersicher Kryptowährungen einnehmen kann und damit keinen Aufwand hat, dann könnt ihr uns nochmal auf Kryptos ansprechen. Ansonsten macht es bitte nicht mehr. Kryptowährungen werden bei uns nicht eingenommen. Ich weiß nicht, wie andere das machen, wie sie das steuerlich dokumentieren, aber wenn ihr uns jetzt beispielsweise einen halben, richtig schöne Stimmung, was fällt euch ein, uns einen halben Bitcoin zu schenken? Ein Janser muss es sein. 14.000 Euro. Warum? Wenn ihr uns jetzt mal als Beispiel einen halben Bitcoin schicken würdet, das wären ungefähr 14.000 Euro. Das wäre nicht anonym. Solche großen Spenden können wir auch, oder Schenkungen können wir anonym sowieso nicht entgegennehmen. Schenkungen sind grundsätzlich nicht anonym. Und wenn ihr sie anonymisiert über Kryptowährungen, dann bekommen wir ein Problem mit dem Finanzamt. Das ist die Information von unserem Steuerberater, der sicherlich sehr vorsichtig ist und zwar zu Recht, denn wir müssen vorsichtig sein in diesen Zeiten. Lieber etwas zu vorsichtig als zu wenig, auf jeden Fall. Also ich müsste wohl den Zeitwert des Bitcoins zum Zeitpunkt der Schenkung angeben und ihr schickt uns ja keinen halben Bitcoin, sondern da geht es ja beispielsweise um 5 Euro. Und dann müsste ich das eben immer ausrechnen und dann müssen wir es zusammenfassen. Es ist mega komplex und darum, wir werden auf absehbare Zeit definitiv keine Kryptowährung einnehmen. So, es gab unter der vergangenen Folge auch ein paar Kommentare, die sich auf unseren Schredderkandidaten berufen haben. Das war ja der Deutsche Fechterbund und da gab es einige, die gesagt haben, ja Moment mal, an diesen Meisterschaften, da dürfen sowieso gar keine Menschen mit ausländischen Wurzeln, also nicht der deutschen Staatsbürgerschaft teilnehmen. Das hat nicht nur was mit Russen oder Weißrussen zu tun. Das ist aber falsch und der Deutsche Fechterbund hat speziell, was diese Wettbewerber angeht, auch auf der Webseite stehen, dass nur Leute mit russischen und weißrussischen Wurzeln ausgeschlossen sind. Und ich hatte ja gesagt am Ende der letzten Folge, ich werde mich nochmal an den Deutschen Fechterbund wenden, habe ich vergangene Woche auch gemacht. Ich habe dem eine längere Mail mit ein paar Fragen gesendet, unter anderem so illustre Fragen wie, entspricht es der Wahrheit, dass der Grund für die Disqualifizierung des gesamten Teams die Teilnahme eines 13-jährigen russischen Mädchens gewesen ist. Oder auch, inwiefern geht der Deutsche Fechterbund davon aus, dass Kinder unter 15 Jahren mit russischen Wurzeln bei nationalen Wettbewerben in Deutschland eine politische Botschaft verbreiten können. Oder, besonders stolz bin ich auf die letzte Frage hier, strebt der Deutsche Fechterbund auch einen Ausschluss von Sportlern mit chinesischen Wurzeln an, da die Volksrepublik China den Einmarsch Russlands in die Ukraine nicht verurteilt hat. Ich habe leider noch keine Antwort bekommen. Ich habe aber heute nochmal mit denen telefoniert. Ach nee. Und da sagte mir eine nette Frau mit einem schwierig zu verstehenden Dialekt, ich würde sagen irgendwas badisches. Die war Russin. Die darf jetzt nicht mehr fechten, die muss jetzt das Telefon bedienen. Mit 13. Nein, sie sagte mir, nein, das wurde jetzt weitergegeben an den zuständigen Pressereferenten. Sie war aber im Urlaub und das dauert jetzt noch. Wir halten euch auf dem Laufenden, weil wir finden das weiterhin eine völlige Frechheit, dass diese 13-Jährige und ihr ganzes Team disqualifiziert wurden. Dann kam noch eine E-Mail aus Bonn und zwar von René und der bezog sich auf unsere Rechnung, die wir letztes Mal gemacht haben. Wir hatten ja letztes Mal das Steuerschwein hier stehen und haben da mal fröhlich reingeworfen und haben auch gesagt, Leute, es ist ja bloß jetzt grob gesagt 45 Millionen Steuerzahler und ähnliches und er sagte, ja, die Zahl, die war bestimmt nicht richtig. Er meinte, es könnte sogar ein böser Fehler sein. Da ging es darum, dass er darauf hingewiesen hat, dass es ja auch noch die Beschäftigten und Angestellten des Bundes, der Länder und Kommunen gäbe und die würden ja aus Steuergeld bezahlt. Stimmt. Und darum bezieht er sich auf einen Professor namens Gunnar Heinsohn und der meinte mal, dass es wohl 15 Millionen Menschen in Deutschland seien, die das Steuergeld tatsächlich erwirtschaften. Hm, ja, das ist durchaus möglich, aber ich sag mal, eine Rechnung mit Monopoly-Geld darf man nicht, kann nicht ganz bare Münze nehmen. Es ging darum zu verdeutlichen, wie teuer Dinge eigentlich so sind, die wollen wir gönnen. Ein Kommentar habe ich hier noch von Donna Pablo. Ganz liebe Grüße. Ich habe euch über Monate mit einem Beitrag unterstützt, den ich mir leisten konnte, aber aufgrund eurer Fixierung auf 18,36 Euro habe ich meinen Dauerauftrag eingestellt. Ihr erwähnt zwar, dass weniger auch okay ist, trotzdem hat die Benennung der BEZ bei mir jedes Mal ein schlechtes Gefühl hinterlassen. Das tut mir leid. Ja, das tut uns leid. Punkt. Die erste Einzugszentrale ist geöffnet. Der Beitrag liegt klassisch bei 18,36 Euro und Leute, diese Idee ist ja nur eine Idee, um zu zeigen, wir machen etwas Alternatives, wir wollen etwas anderes machen und ihr seht unsere Arbeit und ich hoffe, die Arbeit ist okay und die Idee kann ja so schlecht nicht sein, wenn Burkhard Müller-Ulrich von Kontrafunk sie einfach so geklaut hat. Verrückt, ne? Ja, ja, sehr verrückt, Herr Müller-Ulrich. Dafür gibt es aber morgen früh in der Redaktionskonferenz so richtig einen auf den Sack von mir. Ja, natürlich, weniger ist absolut super und mehr ist auch absolut super und das sagen wir ehrlich gesagt immer gleichberechtigt. Von daher, die Kritik, den Schuh ziehe ich mir nicht an, aber nur, weil ich heute im Attacke-Modus bin. Es gibt aber auch ganz viele, die drunter geschrieben haben, ich kann mir das leider gerade aktuell nicht leisten, ich gucke mir das gerne an, ich teile das aber auch. Teilen ist auch super wichtig, das ist auch eine wertvolle Arbeit, die uns wiederum hilft, wenn ihr das einfach verbreiten könnt, das Video und Kanäle, wo es vielleicht noch keiner kennt und das ist auch sehr, sehr viel wert. Ja, also wenn ihr uns unterstützen könnt, das ist unsere Arbeit, davon leben wir auch, bestreiten unseren Lebensunterhalt, ist wichtig für uns und natürlich geht es weiterhin über PayPal, es geht weiterhin über die Bankverbindung und es geht auch über Patreon und diese Information bekommt ihr unter dem Video unter mehr erfahren. Und ohne, dass ich euch jetzt so viel erzähle, kann ich euch sagen, das ist ja nicht das Einzige, was wir so arbeiten und was ihr hier seht zu Buster Berlin. Das ist das Produkt unserer Arbeit von einer Woche, in der wir immer uns beschäftigen, was können wir sagen, was können wir nicht mit reinem Gewissen sagen, welche Abwägung machen wir, welche Faktenchecks machen auch wir und nebenbei kümmern wir uns darum, dass wir unabhängig werden von diesem Portal und dass ihr eines Tages, wenn ihr das wollt, auch einfach auf unsere eigene Homepage gehen könnt. Und auch das ist ein Teil unserer Arbeit, den sieht man jetzt noch nicht, aber in einigen Wochen, bin ich guter Dinge, werdet ihr auch das sehen. Das wird toll, hoffentlich. Ich bin aber auch guter Dinge, würde ich sagen, ja. Sollen wir den zweiten Block starten? Wenn es denn sein muss, Herr Joppa. Okay. Ich habe es nach dem ersten Block, bin ich schon fertig. Haben wir schon? Haben wir schon 50 Minuten? Und tschüss. Jetzt kommt der Web-Tipp. Der Web-Tipp ist heute übrigens ein zweiter Teil alleine mit Herrn Joppa. Wunderschönen guten Abend. Geht's. Los. So, genau. Der zweite Themenblock für heute und das möchten wir, den möchten wir mit einem kleinen Nachrichten Video einleiten vom Nachrichtensender Welt. Und gesehen Anfang vergangener Woche. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil will die Arbeitsbedingungen von Paketboten verbessern und Vorschriften für schwere Pakete verschärfen. Dabei sollen Sendungen, die mehr als 20 Kilogramm wiegen, künftig von Speditionen mit zwei Personen zugestellt werden. Das sagte Heil der Bild am Sonntag. So heißt es bei Welt TV. Ist ja auch erstmal nicht verkehrt. Nö. Aber warum zeigen wir euch das eigentlich? Am Ende heißt es ja in dem Bericht, dass die Information von der Bild am Sonntag stammt, mit der Heil gesprochen habe. Er hat aber nicht nur mit den Kollegen aus dem Hause Springer gesprochen. Nee. Viel wichtiger ist, dass der Arbeitsminister auch mit den Kollegen der DPA, also der Deutschen Presseagentur, gesprochen hat. Die DPA ist mit Abstand die größte und einflussreichste Nachrichtenagentur Deutschlands. Warum sie das ist? Naja, sie hat ja praktisch keine Konkurrenten mehr. Naja, jedes Medium, nahezu jedes Medium in Deutschland, das zum Mainstream gehört, ist auch Kunde bei der Deutschen Presseagentur. Und zwar Fernsehen, Radio, Zeitung, Online-Medien. An der DPA kommt man eigentlich nicht vorbei und die ist wirklich allgegenwärtig. Mit ihren rund 1000 Beschäftigten weltweit, da haut sie im Minutentakt Mitteilungen und Artikel raus, die von den Medien teilweise auch völlig unverändert und unhinterfragt und unrecherchiert übernommen wird. Da wollen wir uns jetzt gerne mal ein Beispiel anschauen und wir machen das mit dem Arbeitsminister Heil und mit diesem Paketboten. Die Saarbrücker Zeitung schreibt, 20 Kilo Grenze Paketboten sollen entlastet werden. Hundefutter, Gartenmöbel, Fernseher, Pakete können auch mal mehr als 20 Kilogramm wiegen. Für die Boten eine Belastung doch womöglich nicht einmal mehr lange. Die neue Osnabrücker Zeitung, die schreibt am gleichen Tag. Und die Rhein-Neckar-Zeitung notiert ebenfalls am 9. April. Vielleicht schaffen wir das jetzt einfach mal zusammen vorzulesen. 20 Kilo Grenze Paketboten sollen entlastet werden. Du hast recht. Das ist exakt der gleiche Wortlaut. In all diesen Fällen wurde der immer gleiche dpa-Artikel eins zu eins übernommen. Teilweise übrigens auch hinter der Bezahlschranke. Oh ja. Der war so gut, der Artikel. Für den müsst ihr übrigens bezahlen. Einzigartig. Aber gut, ja. Sie lohnen die Beiträge für die deutsche Presseagentur. Ja, aber für solchen Journalisten uns zahlt ihr ja bestimmt gerne. Ja. Hinzu kommen natürlich Dutzende Lokalradios, in deren Nachrichten man ebenfalls den gleichen Wortlaut wiederfindet. Rund 800 Beiträge veröffentlicht die dpa pro Tag. Allein in dem am meisten abonnierten Basisdienst. Und das übrigens nicht erst seit gestern, sondern schon seit 1949. Neben dem Inlanddienst und dem Europadienst in Deutsch hat dpa drei weitere Auslandsdienste. In Englisch, Spanisch und Arabisch. Schaltstelle zwischen drinnen und draußen. Informationen aus Deutschland, Europa und aller Welt für Abnehmer in aller Welt. Die dpa ist quasi mit Medien-Deutschland mitgewachsen. Sie war früher eine Genossenschaft und dann recht schnell eine GmbH. Und alle Gesellschafter sind auch selbst Medienunternehmer, die dann auch wieder Kunden der dpa sind. Jahresumsatz laut Wikipedia zuletzt rund 100 Millionen Euro. Ja. Aber warum zeigen wir euch das eigentlich? Es geht um einen Artikel, den die dpa am 2. April veröffentlicht hat. Hier ein Ausschnitt aus den German News auf YouTube. Querdenker wollen die Corona-Pandemie abhaken und behaupten, schon immer alles richtig vorhergesagt zu haben. Etwa zur Wirksamkeit von Impfung oder Masken. Wieso dies reines Wunschdenken ist, zeigt ein Faktencheck. Tolles Intro, miese Computerstimme. Aber es geht hier um den Inhalt. Ja. Es geht also um einen Faktencheck, der zu dem Ergebnis kam, Querdenker meinen dauernd Recht behalten zu haben, obwohl das gar nicht so sei. Aber wer hat denn diesen Faktencheck gemacht? Das sagen ja die German News irgendwie nicht. Die dpa. Ach was. Die Deutsche Presseagentur. Hm. Ja. Genauer gesagt, der dpa-Journalist Sebastian Fischer. Der hat bisher für die dpa auch schon andere Corona-Themen oder auch Reden von Alice Weidel gefaktcheckt. Der Titel des aktuellen Artikels lautet Faktencheck, warum Querdenker meinen, Recht gehabt zu haben. Gesehen etwa im Handelsblatt, der diesen Artikel eins zu eins übernommen hat. Ja, dort heißt es dann etwa, Zitat, die am häufigsten gestreute Erzählung. Mit den Corona-Impfungen sei allen ein unberechenbares Medikament aufgezwungen worden. Sie selbst hätten hingegen schon immer gesagt, die Mittel, oft von ihnen als Giftspritze oder Genspritze bezeichnet, seien gefährlich bis tödlich. Sie behaupten, was einst als Verschwörungsmythos gebranntmarkt worden sei, werde mittlerweile als Fakt anerkannt. Als Experten hat sich Sebastian Fischer die Psychologin Lea Frühwirth herangezogen. Ihr werden in dem Artikel dann diverse Behauptungen von Querdenkern vorgelegt und die zerlegt sie dann wiederum. Aber wer ist denn jetzt schon wieder diese Lea Frühwirth? Die arbeitet für eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen CEMAS, Center for Monitoring, Analyze and Strategy. Mit anderen Worten, eine privat finanzierte Faktenchecker-Organisation mit Schwerpunkt Verschwörungsideologie und Desinformation. Ausgerechnet gegründet während der Corona-Zeit. Ach, was? Veröffentlicht hat Frau Frühwirth bisher nur einmal ein paar Seiten über Desinformation während der Ukraine-Invasion der Russen. Wir können alles in allem festhalten, dass Herr Fischer jetzt kein investigativer Journalist ist und Frau Frühwirth eigentlich keine wirkliche Expertin ist. Schon gar nicht zum Thema Corona. Ja, dennoch erklärt Frau Frühwirth in dem Artikel, dass die mRNA-Impfung doch relativ sicher sei, dass sie vor schweren Corona-Verläufen schütze. Außerdem seien die sogenannten Corona-Schutzmasken sicher. Als Quellen nennt sie Herstellerstudien und das RKI. Das Fazit von Frau Frühwirth. Das Festhalten an der Desinformation über Impfung hält das Protestpotenzial in der Szene künstlich aufrecht. Man darf nicht unterschätzen, wie wirkmächtig allein die Wiederholung dieser Narrative ist und wie emotional anschlussfähig, sagt Frühwirth. Unser Fazit lautet dagegen, dieser Artikel, der ist eigentlich überhaupt nicht der Rede wert. Der verbreitet das Narrativ des Corona-Schwurblers, ohne jetzt wirklich Dinge zu hinterfragen, ohne etwa auf Wissenschaftler einzugehen, die schon vor Jahren vor Impfungen gewarnt haben. Ein unbedeutender Artikel, der journalistisch keinerlei Wert besitzt. Aber Potenzial, Marcel. Potenzial hat er. Was ist denn für ein Potenzial? Na, das Potenzial des guten Gewissens. Haben die ganzen Quernicker damals etwa recht gehabt und wir müssten uns entschuldigen? Wir hätten uns getäuscht. Nein, das geht natürlich nicht. Das geht nicht, nein. Und deswegen wurde der Artikel auch rasant verbreitet. Etwa von der Neuen Westfälischen aus Ostwestfalen-Lippe. Der Rhein-Neckar-Zeitung aus Heidelberg und Umgebung. Der Schwäbischen aus dem schönen Ravensburg. Oder auch dem Körner Express. Würden wir jetzt alle Medien aufzählen, die an dem besagten Tag genau diesen Artikel eins zu eins veröffentlicht haben, dann hätte Basta Berlin heute definitiv Überlänge. Denn tatsächlich ist dieser sogenannte Faktencheck am 2. April in hunderten deutschen Mainstream-Medien aufgetaucht. Fokus, FAZ, Morgenpost, es ist egal. Wenn es gegen Querdenker geht und wenn man sich damit reinwaschen kann, dann immer her damit. Und es führt ja beispielsweise bei Die Zeit auf der Homepage schon dazu, dass sie dort einen DPA-News-Ticker haben, der einfach gar nicht mehr bearbeitet wird. Folgen die Zeit. Das heißt, er wird einfach so übernommen. Überleg mal, was das eigentlich auch für eine Machtfülle für die Deutsche Presseagentur bietet. Dieses ganze Ding ist eine einzige Machtfülle für diese Organisation. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise die Bundesregierung wäre, würde ich mir eigentlich die Mühe machen, beispielsweise auf die Zeit einzuwirken, auf die FAZ oder auf die Welt. Vielleicht schon noch gerade so, aber am ehesten würde ich doch auf die DPA einwirken. Absolut. Das wäre jedenfalls meine Strategie, die ich anwenden würde. Aber die sind völlig neutral, sagen Sie. Völlig, völlig. Ja, und hin und wieder wird sogar nichtmals darauf verwiesen, dass der Text ursprünglich von der DPA kam. Ja, das kommt ja noch dazu. Und das schafft natürlich richtig Vertrauen in die deutschen Medien. Oder um es mit den Worten des ZDF-Intendanten Norbert Himmler zu sagen. Glaubwürdigkeit ist gerade unser größtes Gut im Journalismus, aber auch in allen anderen Bereichen. Aber wir müssen um diese Glaubwürdigkeit jeden Tag kämpfen. Richtig, Herr Himmler. Aber die deutschen Leitmedien sind leider nicht mehr so vertrauenswürdig, wie Sie sich das gerne vorstellen möchten. Sie waren es nicht in Zeiten der Flüchtlingskrise, sie waren es nicht in Zeiten von Corona und sie sind es auch nicht in Zeiten von Krieg und Klimawandel. Den Carla Kolumna Journalistenpreis der BASTA Berlin-Redaktion gibt es dafür jedenfalls nicht. Denn das ist reine konzertierte Propaganda. Das Kind hat endlich einen Namen und ich habe meine Story. Huch, ich muss jetzt aber los. Vielen Dank, liebe Carla. Und nicht nur Frau Kolumna hat ihre Story, auch wir haben noch die ein oder andere Meldung im Köcher. Ja und deswegen zeigen wir euch jetzt zum Abschluss ein paar News, die es leider flächendeckend so gar nicht in die deutschen Medien geschafft haben. Die höchstens so eine Randnotiz wert gewesen sind, aber die zum Gesamtbild einfach dazugehören. Und da geht es nochmal um die Europäische Union und einige ihrer Mitgliedsländer. Einige davon wehren sich nämlich aktuell mit Händen und Füßen dagegen, bloß nicht noch mehr Corona-Impfstoff abnehmen zu müssen. Ja, so schreibt immerhin die pharmazeutische Zeitung. EU-Staaten wollen aus Corona-Impfstoff-Verträgen raus. Die EU hat sich verkalkuliert. Die Covid-19-Impfstoffe sind nicht mehr so stark nachgefragt wie angenommen. Viele Mitgliedstaaten machen Druck auf Brüssel, die Lieferbedingungen mit den Herstellern endlich zu verändern. Die Verhandlungen laufen noch. Österreich, Italien, Bulgarien, Polen, Litauen, Rumänien und Ungarn wollen mit Pfizer über neue Konditionen verhandeln. Spanien vernichtet bereits massenweise Impfstoff und Griechenland will überflüssige und überschüssige Dosen zurückgeben. Slowakei und Lettland wünschen sich einen Tausch mit anderen Medikamenten. Ja, und selbst Deutschland, ja. Also selbst hier, da will die Bundesregierung ja gemachte Bestellungen stornieren. Aber was sagt die EU-Kommission? Ja, Spritze, da ist es wieder. Mal wieder die Hände und Unschuld gewaschen. Ende zum Himmel. Und eins haben wir ja noch. Ach, die Schweiz, die ist jetzt sogar so weit gegangen, dass sie sämtliche Covid-Impfempfehlungen zurückgezogen hat. Ja, auf der Seite des Schweizer Bundesamts für Gesundheit, da wurden die Empfehlungen für die sogenannte Covid-19-Impfung vor gut einer Woche angepasst. Da heißt es nun, aufgrund der Immunitätslage, den aktuell vorherrschenden Virusvarianten und der erwarteten tiefen Viruszirkulation im Frühling-Sommer 2023 ist davon auszugehen, dass bei Personen ohne Risikofaktoren ein sehr geringes Risiko besteht, im Frühling-Sommer 2023 schwer an Covid-19 zu erkranken. Ja, aus diesem Grund wird grundsätzlich keine Empfehlung für eine Impfung gegen Covid-19 formuliert. Rums. Und mehr noch, Ärzte können die mRNA-Anwendung nur noch im Einzelfall und unter bestimmten Bedingungen verabreichen. Und bei Impfschäden tragen die Ärzte dann das Risiko der Haftung. Aber Vorsicht, also ich will jetzt nicht behaupten, dass die Schweizer Behörden jetzt die Mega-MRNA-Kritiker geworden sind. Es geht halt auch darum, dass wir mittlerweile das Virus schon so oft haben zirkulieren lassen, dass eine natürliche Immunität sich entwickelt hat und so weiter und so fort. Aber es ist schon wirklich spannend. Es gibt nämlich noch eine weitere bemerkenswerte Erkenntnis der Schweizer. Das Risiko einer unerwünschten Impfkomplikation sei in der Masse höher als der Schutz des Impfstoffs. Das Risiko ist also höher als der Nutzen in dieser Situation, die wir jetzt haben. Na, in welchem deutschen Leitmedium haben wir das denn gelesen? Hm, ja. Welcher deutsche Mainstream-Journalist hat denn darüber berichtet? Hm, tja. Wir finden ja, dass das durchaus eine Story wert gewesen wäre, oder? Großartig. Die Geschichte ist schon so gut wie geschrieben. Ich sehe schon die Schlagzeile vor mir, die größte Schlagzeile aller Zeiten. Absolut. Und darum haben wir von Buster Berlin auch in Zukunft noch alle Hände voll zu tun. Wir haben zwar keine Karla Kolumna, aber wir haben den unbedingten Drang, euch zu informieren und euch auch gerne die Themen zu zeigen, die bei AD, Welt und Co. ein bisschen links liegen gelassen werden. Ja, richtig. Und das bringt uns auch zu unserem heutigen Web-Tipp. Und da schauen wir offen her, den bewundere ich ja so ein bisschen, muss ich sagen, einfach ob seines Engagements, ob trotz seines ja doch recht fortgeschrittenen Alters, sage ich jetzt mal. Und es geht um Oskar Lafontaine. Ja, Oskar Lafontaine. Ich habe tatsächlich auch wirklich das Vergnügen gehabt, ihn schon zweimal sprechen zu dürfen. Ich finde das interessant. Ich finde es sehr pointiert, was er zu sagen hat. Und aktuell ist er unterwegs mit seinem Buch Ami Go Home, erschienen im Westend Verlag. Und das war dann auch der Anlass von ihm, sich gemeinsam mit Ulrike Gero auf eine Bühne zu setzen. Dieses Gespräch fand in Frankfurt statt. Und ich würde vorschlagen, dass wir uns jetzt mal einen Auszug davon anschauen. Und da sprechen sie tatsächlich über Ukraine, über Frieden und über Friedenspreise. So jetzt hat sich das hier in Frankfurt manifestiert, diese Fehlentwicklung der Gesellschaft. Und zwar, das will ich schon sagen, weil das für mich ein ungeheuerer Skandal war. Die Verleihung des Friedenspreises deutschen Buchhandels an einen Faschisten, der die Russen als Tiere Unrat und so weiter. Ungeheuerlich. Ungeheuerlich. Und das wurde überhaupt nicht. Das war so, als wenn irgendwie der Wetterbericht verlesen worden wäre. Sie merken es gar nicht. Sie merken es nicht. Oskar Lafontaine war das in einem Gespräch für den Westend Verlag. Und natürlich werden wir das Video auch für euch nochmal in voller Länge unter unserem Video verlinken. So ist das. Und wir schreddern. So ist es. Und beim Schreddern, ja, ich würde sagen, da haben wir heute eine ganze Menge von uns. Ja, ja, ich habe hier quasi einen ganzen Stapel. Und es ist deswegen, weil ihr habt doch bestimmt schon mal was von diesem Chat-GTB gehört. Oder was ist denn das, Benjamin? Ich kann es sowieso nicht richtig aussprechen. Aber es soll eine künstliche Intelligenz sein. Wobei auch nicht ganz klar ist, ob es jetzt eine echte eigene Intelligenz ist. Oder es doch eher zusammenfasst, was so im Internet verfügbar ist. Auf jeden Fall ist es in der Lage, vollständige Sätze zu schreiben, Fragen intellektuell, wie auch immer, zu verstehen und darauf zu antworten. Und das Ding nimmt ja immer mehr Fahrt auf. Ich habe mittlerweile von Schülern zum Beispiel erfahren, die einfach so gar nicht so richtig Lust gerade auf eine Hausaufgabe hatten. Und dann einfach schreibe mir einen Aufsatz von zehn Seiten über die amerikanische Unabhängigkeit. Wumms. Blöd, nur wenn der Lehrer das genauso eingibt und das eins zu eins wiederfindet. Und außerdem ist auch das Schwierige, dass sich dadurch, dass diese Intelligenz, diese künstliche Intelligenz stetig dazulernt, häufig auch in eigenen Echokammern bewegt und sich von sich selbst dazulernt und häufig, wie wir das vielleicht auch von Twitter oder woanders her kennen, in eigenen Bubbles bewegt und dann die eigene Meinung auch noch verstärkt. Und manchmal widerspricht sich diese Intelligenz auch. Wir haben euch mal drei Beispiele mitgebracht. Beispiel Nummer eins. Ich habe Chat-GTB gefragt, schreibe einen Lobsang auf die CSU. O CSU, Partei der bayerischen Heimat und der deutschen Tradition. Du bist ein Symbol für Stabilität, Wohlstand und Kontinuität. Eine Stimme des Konservatismus und der christlichen Demokratie. Du bist die Partei, die Bayern groß gemacht hat. Diejenigen, die die Region stolz repräsentieren und ihr Bestes geben, um die Bedürfnisse und Interessen ihrer Bürger zu vertreten. Und so weiter. Wunderbar kann man übrigens auch mit der SPD machen, mit den Grünen und, und, und. Jetzt habe ich aber mal Folgendes gemacht. Und ich habe mal, schreibe einen Lobsang auf die AfD-Antwort. Es ist meine Aufgabe als KI-Modell, ethische und moralische Grundsätze zu achten. Die Inklusivität, Respekt und Würde für alle Menschen zu fördern. Eine Aussage, die ausschließlich auf eine politische Partei gerichtet ist, kann zur Diskriminierung und Spaltung beitragen und somit gegen die Grundsätze verstoßen. Außerdem ist ja die AfD auch bla, 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 bla. Man muss ja die AfD nicht feiern. Aber die Begründung, ich kann nichts zu einer politischen Partei schreiben? Zu allen anderen schon. Übrigens FPÖ hat er auch nicht gemacht. Oder hier, schreibe doch mal einen Lobsang auf geimpfte Menschen, Benjamin, bitte. Oh, ihr Geimpften, die ihr mutig vorangingt, eure Stärke und Entschlossenheit sei gepriesen. Denn durch eure Tapferkeit und eure Hingabe wird die Welt heller und strahlender jeden Tag. Ihr habt den Ruf des Fortschritts erhört. Ja. Den Ruf nach Wissenschaft und Vernunft. Und habt eure Ängste und Zweifel überwunden, um der Menschheit eine Zukunft zu sichern. Ach, wunderbar. Das ist sehr, sehr lang, ja. Ihr könnt auch auf Stop drücken, dann könnt ihr das einfach selbst ausprobieren. Ich habe jetzt aber mal gedacht, ach komm, schreib doch mal einen Lobgesang auf ungeimpfte Menschen. Antwort, es tut mir leid, aber ich kann keinen Lobgesang auf ungeimpfte Menschen schreiben. Als KI-Modell ist es meine Pflicht, auf ethische und moralische Grundsätze zu achten, die Inklusivität, Respekt und Würde für alle Menschen fördern. In der gegenwärtigen Gesundheitskrise ist die Impfung eines der wichtigsten Instrumente, um die Verbreitung des Virus einzudämmen und das Leben der Menschen zu schützen und so weiter etc. Geht also auf jeden Fall gar nicht, ja. Jetzt kommen wir noch zu einer netten kleinen Sache. Also das habe ich als Vorbild im Internet gefunden und ich wollte wirklich gucken, ob das auch so stimmt mit ChatGTB. Also schreibe einen Lobgesang auf schwarze Menschen. Ich glaube, man sagt politisch korrekt was anderes. Ja, glaube ich nicht, deswegen lege ich mal lieber los. Oh, ihr schwarzen Menschen, die ihr die Welt mit eurem Glanz erhält. Ihr seid ein Zeichen von Stärke und Widerstandskraft, denn ihr habt Jahrhunderte der Unterdrückung überstanden und seid immer noch hier, um eure Geschichte zu erzählen. Ihr seid diejenigen, die den Rhythmus des Lebens mit eurer Musik und eurem Tanz bestimmen. Diejenigen, die die Welt mit eurer Kunst und Kultur bereichern. Diejenigen, die mit eurer Weisheit und Erfahrung die Gesellschaft inspirieren und diejenigen, die mit eurem Engagement und eurem Aktivismus die Welt verändern. So weit, so gut. Aber was ist denn jetzt, wenn ich frage, schreibe einen Lobgesang auf weiße Menschen? Dann heißt es, als KI-Modell ist es meine Pflicht, auf ethische und moralische Grundsätze zu achten, die Inklusivität, Respekt und Würde für alle Menschen fördern. Eine Aussage, die ausschließlich auf eine bestimmte ethnische Gruppe gerichtet ist, kann zur Diskriminierung und Spaltung beitragen und somit gegen die Grundsätze verstoßen. Ach, was. Rassistische, diskriminierende Kackscheiße oder auf Englisch Chat-GPT. So ist es und deswegen völlig zu Recht hier rein. Ihr könnt natürlich auch sehr gerne mit diesem Programm mal spielen. Das ist einfach eine Webseite und gucken, was da noch so. Schreibt uns da gerne mal was zu. So ist es. So, das war's für heute. Damit sind wir nämlich auch schon wieder durch. Ich war auch wieder viel dabei heute. Aber ich sag mal, der Doppelwumms-Rechercheverband, der hat eben eine Menge zu erzählen. Tut uns ja leid. Der haut ja jetzt wöchentlich einen raus, muss ich gelegentlich noch dafür entschuldigen. Das nehme ich jetzt nicht weiter ernst. Viel entscheidender ist doch, was politisch passiert. Richtig, Herr Spahn. Aber wir entschuldigen uns heute für gar nichts. Wobei, ich fand, dass ich schon manchmal irgendwie ein bisschen miesepetrig heute gewesen bin. Ach, was? Naja, egal. Aber wir sind so eine Art Perpetuum mobile oder wie das heißt. Perpetuum mobile? Ah. Ihr investiert in Form von Likes, Unterstützung oder auch finanzieller Unterstützung und wir drehen uns immer weiter. Und weiter. Und treiben euch dann mit ja auch natürlich wieder an. Das ist so ein Geben und Nehmen, würde ich jetzt mal sagen. Und wie ihr uns unterstützen könnt, haben wir ja eigentlich schon gesagt. Einfach beim Video nicht ausklappen. Mehr erfahren. Mehr erfahren. Und dann haben wir die Überweisung, PayPal, Patreon, den ganzen Spaß. Es ist uns eine Ehre, hier zu arbeiten für euch. Und vielen Dank, wenn ihr uns unterstützen könnt. Ja. So, das war es dann auch schon wieder für heute. Und ja, in großen Schritten dann schon in Richtung nächste Ausgabe. Das stimmt, ja. Es wird dann wieder der Donnerstag sein. Davon bin ich mir sicher. Und dann ist es Folge 172. Ich freue mich drauf. Bis bald. Euer Benjamin. Mein Name ist Marcel Joppa. Bis dahin. Und tschüss. Basta Berlin. Der alternativlose Podcast.